Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen! Herzlich willkommen zurück zu Silence! Äh, wir hatten in der letzten Folge mit Rini da hinten alles geregelt. Jetzt müssen wir hier noch was regeln. Ich weiß noch nicht, was wir hier machen können. Wollt ihr da einfach hochklappen? Bist du über die schöne Barsche oder was? Nichtsinnig! Komm, arbeite mit mir hier! Ich glaube nicht, dass du den Baum verletzt musst, nur weil die Zeit geändert werden. Wenig zu sprechen, mehr zu den Baum. Hey, was ist mit dir passiert? Lass dich! Oh! Hey! Ah! Komm raus, du Feigling! Äh... Oh! Können wir damit jetzt was machen? Können wir damit jetzt was machen? Warum denn nicht? Komm jetzt in das Loch rein? Da wurde sie ja reingezogen. Reingef... ...flogen. Kira! Ah! Ich kann reinklettern. Okay, super. Dann machen wir das mal. Und schauen, was uns dort erwarten wird. Was für eine Höhle. Das waren ja diese Honigzecken, mit denen sich Rini angefreundet hat. Muss man mal dazu sagen. Aber Noah... Wie? Nicht so wirklich. Kira! 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 Kannst du mich hören? Hey! Verdammt, sie ist kalt. Tentakel. Tentakel. Die Tentakel sind elektrisch. Ah! Ich erinnere mich an die Beta. Weiß nur nicht mehr, was ich hier gemacht hab. Du mein Respekt, Vier Majestät. Entschuldigung, Vier Majestät. Aber es scheint, dass dein Ehre-Guard meinen Geist verbrannt hat. Willst du einen Schrauben? Wenn ich wusste, dass du unter dem Baum leben würdest... ...äh... ...äh... ...hier... ...hier... Na, vielleicht... Okay, das war alles, was wir tun können. Da ist der Kokon. Jees, Kira! Ich wusste es! Okay, Wurzelwerk. Wow, das erklärt viel. Hm, hm, hm. Kein Spot. War das so? Wurzelwerk nach Osten. Ich kann mit Spot jetzt, glaub ich, alleine nach oben? Nein, kann ich nicht. Spot kann nicht da von ihm selbst hochkommen. Okay. Warte hier, okay? Ah, er bleibt unten. Okay. Ich werde gleich zurück. Ich hab grad die Errungenschaft Gipfelstürmer bekommen. Hahaha. Okay, es war irgendwas mit dieser Wurz. Ich sag euch übrigens Bescheid, wenn ich, äh, wenn ich ganz blind weiterspiele, wenn ich zu der Stelle komme, wo die Beta aufgehört hat. Aber das dauert noch ein bisschen. Also noch ist es nicht ganz blind, aber es ist wie gesagt schon fast ein Jahr oder sogar über ein Jahr her, wo ich die Beta testen durfte. So, machen wir denn jetzt hier was? Ich bin sicher. Das ist halt so, ich tu mich manchmal schon schwer Sachen, mich an Sachen von gestern zu erinnern. Jetzt muss ich mich von Sachen von über einem Jahr erinnern. Gelie Royale. Gelie Royale. Gelie Royale. Ah. Ja, aber echt. Oh, trinkt das mal. Jo, ich denke, du sootst sie. Sehr gut gemacht Spot, sehr gut. Sprotz. Uh oh. Okay, aber wir sind drüben. Okay, äh, Abgrund. Oh, wow, das ist tief. Warum hat sie mich nicht gehört? Ich weiß, wo diese Route liegt. Wenn ich wirklich der Heroin dieser Geschichte bin, wird das gut funktioniert. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Einfach rüber gehen kann ich nicht. Äh. 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 Warte mal. Warte mal. Trink nochmal vom Gelie Royale. Und dann müssen wir, glaube ich, ihn da schon hinpacken. Und dann oben an der Wurzel rumfrekeln. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. So, wir gehen erstmal wieder hier rüber. Puh. So. So. Ihm. Machen wir jetzt wieder flach. Und spannen ihn über die Kluft. Und jetzt mit Noah wieder rausgehe. Ich weiß nicht mehr, ob das als Netz schon reicht. Ah. Es scheint zu reichen. Er gibt, er gibt laut. So, da können wir nämlich jetzt hier oben an der, an der Wurzel dran rum treten, ziehen, reiben, lecken, was auch immer. Und dann sollte der Kokon abfallen und Kira landet hoffentlich sicher auf Spot. Ich bin gespannt. Ich glaube, da das Ganze in die Unit hier ist, gibt es hier ein paar mehr Ladezeiten als sonst gewohnt in die Delic-Spielen. So, Wurzel. Jetzt aber. Es ist mit dem Kokon, ich bin sicher. Mal sehen, ob ich richtig bin. Genau. Ja, dann. Achso. Ah! So, dann gehen wir mal gucken, ob Kira sicher gelandet ist. Oder ob sie jetzt draufgegangen ist. Ich hoffe, ersteres. Die könnte uns noch nützlich sein. Vor allen Dingen weiß sie ja, wo Rini hingegangen ist. Diesen dicken, wie hieß denn der noch? Ich hab vielleicht vergessen, wie der nette, dicke Mann hieß, der mit Rini unterwegs war. Hilfe, Spot! Ah! 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 Okay, okay, okay. Wir müssen... Okay, okay. Wir mussten die trotzdem dahin machen. So als... Nur als Sicherheit. Wir müssen jetzt nochmal hier rum. Aber schön, dass er das automatisch macht jetzt gerade. So, dann gehen wir einmal hier rüber mit Noah. Cool. Total cool. So, sprotzt das alles wieder aus. Spot. Einmal gesprotzt. So, Spot. Äh, nein. Spot macht sich erstmal klein. Geht dann immer in die Kluft. Und dann kommen wir nämlich von der Spot-Brücke, kommen wir dann an den Kokon ran. Vorher hing der noch zu hoch. So war das nämlich. Genau. So, eine Spot-Brücke. Und jetzt sollten wir an den Kokon oder nur an Kira... Ich werde dich raus aus. Komm schon! Eigentlich müssen wir da jetzt schon dran, Koron zu rüpfen. Gotcha! Woah! Ah! 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 Was heißt? Ah! Na gut! Sie müssen nicht dasїbe hören. Schmon курsen. Ah! town na say. Mund zu Mund passen. Okay. Erinnere den Kissen von Liebe? Leben? Wie geht das? Hm. Oh. 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 Tu etwas, Bot. Tu etwas, Bot. Zeit für einen Defibrillator. Genau. Äh. Aber wie? Wie kriegen wir denn die, 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 die Tentakel kontrolliert irgendwo hin? Ah gut, wenn, wenn wir sie jetzt, jetzt sind sie ja gleich ruhig. Und jetzt können wir die eigentlich nehmen, oder? Genau, da fallen sie hin. So, dann nehmen wir die Tentakel. Und defibrillieren Kira. Kira. Wird das halten? Ah, ich muss halten. Oh nein. Es gab einen Kurzschluss in der Bienenkönigin. Aber Kira sollte jetzt wieder leben. Hoffentlich. Na? Haha, das Ding ist schon mal runtergefallen. Perfekt. Was ist das? So ein Strahl? Das ist das, was wir vorhin mit Rini gesehen haben, oder? Ist das das, was wir mit Rini gesehen haben? Ich bin mir unsicher. Und dann habe ich hier so einen Querbalken. Seht ihr das auch? So flimmernd? Einmal diagonal. Das wäre da so eine diagonale Linie. Hä? Sie lebt! Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich glaube so. Was ist das in Ihrem Haar? Was? Was sagst du? Wir sind mal ehrlich. Na, wenn sich da mal nicht ne Liebesgeschichte anbahnt zwischen Kira und Noah. Hihihihi. Süß. So, die Ladebildschirme sind sehr schön gestaltet auch. Aber ich habe ja nicht den schlechtesten Rechner. Ich habe jetzt keine Über-Mega-Maschine. Keinen NASA-Rechner, aber schon einen guten. Aber die Ladezeiten... Puh. Okay. Oh, crap. The bees are back. Oh, no. Hey, the message. Give it to me. Hey, you can't seriously want to read that now. Let's move. Wait. I just want a quick glance. Achso. Gebotschaft schnappen? Bin ich eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, ich muss... Verdammt! Wir müssen weg! Ah, bist du verrückt? Da ist nichts drin. Gib es mir! Steht gar nichts drauf? Zaubertinte? Muss man den Brief erst gegen ein Licht halten, damit man die Schrift erkennen kann wahrscheinlich. Oder in den Backofen tun. Rini! Noah! Yay! Ich liebe dich sooo much. Oh, und ich liebe dich, kleine Hopper. Oh, und du hast Spots. Komm her, Spotty. Spots here. Und wir probably meet Sadwick, too. Oh, I really love Sadwick, too. Nein, nein, wir sagen ja. Wir müssen das Schildschirm schreien. Entsteht ihr das? Rini, hör auf. Es ist egal, was jemand dir sagt, oder was passiert, die wichtigste für uns ist, die Welt zu verlassen. Er erinnert, wie Sadwick es gemacht hat? Er schreit das Schildschirm. Was ist mit dem Riespferd? Welches Schildschirm? Derjenige in der Schildschirm. Derjenige in der Schildschirm. Er hat die uns scheinbar nicht. Weißt du, wie wir in der Schildschirm kommen? Nicht, wo wir jetzt sind, aber ich weiß, dass es hoch ist. Du hast ihn mit dem Tränen, der auf dem Räufe der Fläufe. Wie wissen Sie über das Schildschirm? Wir bleiben cool. Wir bleiben cool. Wie ist das möglich? Denn ich bin der Rund der Schildschirm. Das ist richtig. Die Tiere tuschen leider. Das ist wahr. Wir bleiben cool. Wir bleiben cool. Der Schildschirm ist ein Thema. Wie ist das? Hey, I said stop my brother isn't crazy at least not really hey That's our last flare really put down that gun. Yeah, give it to me And then I will name reenean shoots leave her alone Come on little hopper. Sorry. I want to go home Noah. I know I don't like it here Everybody's arguing and fighting. Why aren't you king instead of the false queen? Why is she so mean? I might you send those evil seekers. I want to go home. I'll get you home I promise but how I'll find Janus and he'll take us to the throne room He knows the way Janus knows the way get some rest. We'll need all the strength we can master. Okay You wrote the schweins nasus Sleep little hopper don't forget what that always said We are like two clouds in the way no matter how far the winds drift us apart Die zwei sind süß Noah, der große Bruder, der auf seine kleine Schwester aufpasst Okay, ich mach mal gerade Escape Denn hier ist diese Folge vorbei. Ich danke euch sehr sehr fürs Zusehen und ich hoffe Es gefällt euch so gut wie mir denn ich kann fast nicht genug kriegen von diesem Spiel Und wir sehen uns in der nächsten Folge von silence wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss Jan